Ich habe hier eine entsprechende Aufgabe vorbereitet, und zwar zum Thema Ausrichten und Verteilen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. So schauen die Smileys zuerst aus und dann sollen die entsprechend ausgerichtet sein. Hier in dieser Übungsdatei könnt ihr das dann selber machen. Ich führe das hier mal vor. Zuerst muss man alle Grafiken ausgewählt haben und dann kann man hier auf Format klicken. Und das, was wir hier brauchen, finden wir hier. Das Menü Ausrichten und wir brauchen jetzt die horizontale Zentrierung. Das heißt, alle Smileys werden dann senkrecht ausgewählt. Bei der zweiten Übung, das ist dann nicht horizontal, sondern vertikal, das heißt, ich brauche jetzt wieder die Markierung dieser Objekte, Format, dann hier vertikal zentrieren und dann habe ich alle Smileys in der gleichen Höhe. So, und die letzte Übung. Hier haben wir ja praktisch nur zentriert, einmal horizontal und vertikal. Und hier kann man aber noch einstellen, dass sie entsprechend verteilt werden. Also dieser Abstand zwischen den zwei Smileys ist kleiner als zwischen dem hinteren und dem mittleren. Und wenn ich jetzt hier diese drei Smileys auswähle, dann kann ich hier unter Format ausrichten und horizontal verteilen. Wenn ich das hier auswähle, dann ist der Abstand zwischen allen drei Smileys eben gleich.